Hallo Leute, ähm, dies wird nur, wird nur ein kurzes Video, naja, also, wird nur ein kurzes Video, kann man nicht sagen, weil, ihr wollt nicht wissen, wie lange das nur geht, vielleicht 30 Sekunden. Dann, ich wollt euch noch was zeigen, nämlich Filme hab ich noch gekriegt, ähm, zu Weihnachten und noch Einhorn-Kopfhörer, das hab ich noch vergessen, erstmal zeig ich euch die Einhorn-Kopfhörer, die sind, das ist jetzt auch nicht dein Ernst, heute geht bei mir alles schief. Und hier, tada, ganz normale Kopfhörer, denkt ihr, naja, hier sind einer nur drauf. So sieht das in meinem Ohr aus. Und die Filme, Conny und Co.